Wow! Ist natürlich genial, mein Auto ist gerade stehen geblieben, weil... ...mit einem Motorschaden. Natürlich nicht die eleganteste Variante, dass... Ach, einen Verdacht habt ihr! Wie kommt ihr auf einen Verdacht? Ah, ich konnte nicht mehr schnell genug wegfahren. Ah, oh Gott. Ich habe eine Idee. Machen wir eine Idee. Okay, und jetzt ab, bevor ich es mir anders überlege. Mal sehen, ob das funktioniert, dass ich den... Ja, geknackt hatte ich den ja schon. Genau, jetzt kann ich den Wagen auch wegfahren. Habe ich 300 Dollar für ein Fahrzeug bezahlt. Klasse. Na gut, was soll´s. Was soll´s. Was soll´s. Der Vollblock von Rasa aufgenommen. Ach, komm schon. Oh ja. Der sieht mich doch eh nicht. Ah, ein bisschen Autos schieben. Das macht immer Spaß. So, okay. Wo müssen wir jetzt... Warte. Wo müssen wir eigentlich hin? Jetzt sind wir schon vorbei. Hm. Da muss ich hin. Ah, okay. Okay. Äh. Ach, das ist so. Noch. Ah. Jetzt muss ich hier rechts. Okay. Was ist immer nines für. Immer diese Autos, die hier fahren. Fahrbahn fahren. Und... Oh, immer diese Autos, ey. Weil... So. Da muss ich mal mal angucken, was das für ein Auftrag ist. Und dementsprechend wahrscheinlich ein Auto vorher besorgen. Weil... Äh. Äh. Weil... Eben. Wollen wir da B? Ach, schade. Das Taxi fällt weiter. Jetzt stell ich mich hier mal in den Weg. Ist ja keine Polizei zu sehen. Ah, okay. Die finden das wohl nicht so lustig. Ähm. Warte mal. Warte mal. Schlechter Diener. Genau. Jimmy, ich bin... Cell... Gravi... Cell... Gravina. Du musst noch mal die... Bombas für mich bearbeiten. Diese Vollidioten haben... Letzte Nacht am... Dock einen Haufen... Karren von... Tony... Gestohlen. Mann, ich kenn die Texte halt nicht. Äh. Die Karren sind mit Cheese... Sch... Sind... Ach. Ist egal. War... Ware... E... Geklau... Waren... E... Geklau... Mein Gott. Aber ich kann es nicht ertragen, dass ich... Diese... Bastarde mit mir... Anlegen. Finde die Karren... Finde die Karren... Und verschrotte sie... Jeder hat... Jeder, der... Dir im Weg steht... Hat Pech gehabt. Zerstöre alle markierten Wagen. Ähm... 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 Wie man will... Nehm ich mal an... Komm schon... Gibt gar nicht hier... Ne... Guck... Moment... Ich hab die Bohlen grad angehalten... Das ist natürlich genial... Mhm... 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 Aber wir fahren mal noch mal in die Richtung. Und... wieso ist in die 8 da sind auch noch welche oder einer der eine sind bei der einen ecke sind zwei und bei der anderen wo war dann da der abzweig da okay hier rumfahren und da die autos zerlegen ich will hier die karren zerlegen warte tank war linkerseits eingebaut sollten ein wagen nicht unbedingt da in der nähe stehen lassen linkerseits war der tank dann ist die frage wo mache ich das am besten okay das ist natürlich jetzt sehr krass und die darauf an und schießen auf mich hauptsache ich komme jetzt weg ohne dass sie mich noch mal treffen weil dann wäre ich tot gut sportet bin ich nicht jetzt sind nur diese bombers sauer auf mich ich hätte auch nur einen abwagen abschießen müssen der andere wäre mit dem luftgang das ist ja auch so blöd na gut dann brauchen wir nur noch zum den anderen wagen zerlegen und der steht hier rechts irgendwo sollte auch ein pfeil drüber sein warte mal linkerseits sind die ist der tank einmal nachladen bitte ok linkerseits ist doch der tank oder ja genau erreiche die safe zone die cops werden sich schon um die kleinen nerven wegen kümmern ich fahre jetzt ganz gemütlich zu meinem safe point und dann dann bin ich ja raus aus der sache die frage ist wo ist der ach der hätte ja gar nicht laufen können ich meine dass die safe points die ich kennen liegen normalerweise ziemlich in der nähe da kann man dann auch zu Fuß hinten laufen ähm mh ok b doch noch 13.000 punkte ok ist natürlich cool äh muss ich hier mit 3000 wohl nochmal äh wiederholen da fehlen mir ungefähr 10.000 sind mh 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 wo war denn da der grüne da mh 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 ich weiß nämlich nicht wann ich angefangen hab ähm mh mh mit der aufnahme und dann wollte ich nicht unbedingt so wenig aufnehmen aber langsam fängt meine stimme an zu kratzen und dann ähm mh 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 ein Diner und dann gucken wir mal also ein Hotdog wieso nicht ähm hm ja ich werde eventuell beim Wiederkommen wenn ich mal wieder in der Nähe unterwegs bin ähm hier ganz in der anderen Ecke ich wollte eigentlich noch naja ok ist ja egal auf zum Auftrag würde ich mal sagen ja ja